Ich bin Kosmologe. Mein Job, meine Leidenschaft ist es, rauszufinden, warum alles so läuft, wie es läuft. Seit 20 Jahren will ich das Universum durchschauen. Für manche bin ich deshalb ein Anarchist, Ketzer, Radikaler oder ein Idiot. Willkommen in dieser verrückten Welt. Ich weiß, was am Anfang der Zeit war. Ich habe einen Großteil meines Erwachsenenlebens damit verbracht, die Geheimnisse des Universums zu ergründen. Ich will wissen, welche Kräfte hier Milliarden Galaxien kontrollieren. Dieses Erforschen von Zeit und Raum wird Kosmologie genannt. Kosmologie ist Physik in der Größenordnung des gesamten Universums. Dabei sind ein paar grundlegende Fragen zu klären. Warum sind wir hier? Wo gehen wir hin? Wo kam das hier alles her? Moderne Kosmologen liefern als Antwort darauf ein Wort. Urknall. BANG! Doraus in der Größenordnung. ... Untertitelung des ZDF, 2020